Leute, willkommen zu einem neuen YouTube-Video, heute mit einem Format, was ich per Insta-DM bekommen habe. Ich habe noch nie davon gehört, aber mir hat die Idee irgendwie gefallen. Eigentlich ganz einfaches Prinzip, wir halbieren Sachen, wo wir nicht wissen, welche das sind. Und wir müssen ungefähr die Mitte treffen, das heißt, das wiegt 300 Gramm, so nah wie es geht, die Hälfte davon treffen. Und wer am Ende näher dran ist, hat den Punkt. Alter, Kerzen, wie viel? 306, 153. Der wiegt seine auch. Achso, 304, bei dir 152. Du gehst mit der Taktik, ich sage euch, Augenmaß ist das, meine lieben Freunde. Scheiße. Bruder, pass auf deine Finger auf, nimm die mal da weg, drück mal von oben drauf. Nein, 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 ich würde es durch... So habe ich es doch gemacht. Ja, so sieht es doch scheiße aus bei dir. Guck dir das mal an, ich sage dir ehrlich, ich glaube, das ist krass geworden. Ich glaube, das ist sehr krass geworden. Bruder, keine Ahnung, was er da macht. Er ist schon fast durch. Boah, das ist krass. Okay. Okay, fangen wir mit meinem an. Boah, 3 Gramm Differenz, das ist krass. Esroat. 146. Ich habe gewonnen. Geil, okay, Baba, 1-0 für mich. Du bist so... Boah. Oder einfach roh als Frühstück. Scheiße. Du musst es beides jetzt zusammen wiegen. Ah, ja, okay, beides zusammen wiegen, aber ich darf noch natürlich verbessern. Du darfst verbessern. Ja, ich darf gleich schneiden. Eine Hälfte. 169 Gramm. Es geht um den Schnitt. Nein, bro, das geht nicht. Also, Abu ist wirklich Top-Schummler, ne? Er hat 78 Gramm. Guck mal, Abu ist der mieses Schummler. Wäre das jetzt passiert bei mir, Walla sogar, er hätte gesagt, das ist nichts. Sag das nicht. Ich sage Walla, weil ich weiß, dass es so ist. Das stimmt. Okay, wollen wir einen Schnitt machen und dann fertig ohne Ausbessern? Gut. Muss ich so lassen. Das wird nicht gehen, das ist das Ding, Bruder. Okay, dann machen wir, wir müssen es brechen. Breche ich es auch. Mach du das mal, man sieht. Das ist hart. Okay, ich lege den hier drauf. Aber warte mal. Ja, ja. Checkst du was? Das ist ein bisschen schwerer als das, glaube ich sogar. Ja, 86, 87. Wow, das ist nah dran. Rohan, mach jetzt rauf. Ich suche gerade noch, welches ich nehme. Der hat gerade darüber geredet, dass die Schummler, guck ihn dir an. Mach doch rauf. Wieso ist seine Seite wieder so schmutzig? Ich nehme die Seite. Ja, los. 179 hattest du? 100, äh, 105. Ich habe gewonnen, aber sowas von. Die Runde geht auch an, Adi, 72. Auch verdammt. Und Leute, ich habe natürlich gesehen, dass viele prozentuale Sachen Leute nicht folgen oder abonnieren haben. Das sage ich doch immer, dieser Standardspruch. Ihr könnt gerne abonnieren. Bruder, ist das wieder ein Hundesnack? Nein, das ist sogar wild. Ich würde das sogar gerne fetzen. Wild? Wild. 35 Gramm. Rohat hat 40 Gramm. Das ist heftig. Ich bin scheiße. Ich habe mit Augenmaß ein bisschen. Okay, komm. Fang an, Adi. Woher fängt er an? Ich muss genau 20, ne? 20. Wow. 17. Aber du hast 20. Warum wir gar nicht zu reden? Er hat gewonnen. Stark. Einfach Zahnbürste als nächstes. Wie viel wiegt ihr erstmal? Abo 13? 15. Jetzt die Frage, Bruder, was das schwerer ist. Das hinten ist schwerer oder vorne? Die haben ja auch nicht diese Blut. Ja, Mann. Okay, ich mache. Okay, Rohat ist auch ready. Abo fängt an. Sieben Gramm. Boah. Acht. Ah. Sieben. Ein Gramm Differenz. Der Punkt geht an, Rohat. Hurra. Was ist das? Daraus wird auch Fufu gemacht. Das ist ja Fufu-Pflanze. Hör mal. 969 Gramm. Letztes Abo. 1541. Das ist zum Beispiel nicht schlau, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht korrekt. Doch. Die Seite ist schwerer als die. Ja, deswegen. Okay. Rohrat fängt an. 454. Ich glaube, das ist sogar richtig gut. 829. Das ist echt kack. Das ist auf jeden Fall die schlechte Taktik. Also ich glaube, nein, 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 nein. 3 zu 2, Leute. Es kracht, Freunde. Okay, nächster Gegenstand. 190. 190. Zeig mal bei dir. 186. Einfach Handschuhe geworden. Was geht, Bruder? Alles klar? Fang an. Wir machen den Teller, oder? Weil vielleicht ist durch diese Teller... 90. Komm, du. 98. Auch 3 Gramm Differenz. Okay, ich habe eine Idee. Jetzt teilen wir diese Elfte wieder. Stabil. Ich habe auch gerade überregelt gerechnet. Okay, ich mache. 46. 1 Gramm Differenz. Oh, Mann, ich bin am Arsch. 52, 53. Die Runde geht an Rohrat. Eine Minute Hampelmann macht der Verlierer, ne? Nein, Bruder. Es gibt keine Strafe heute. Der ist der schlechteste Bestrafer. So, siebter Gegenstand. Schwamm. Der wiegt? 10 Gramm. Was haben wir bei dir? 9 Gramm. Ey, das ist voll unfair. Nee, das ist nicht unfair. Bruder, mach keine ASMR-Videos. Entweder habe ich verkrackt, Bruder, oder ich habe gut gemacht. Ich sage dir ehrlich. So, ich muss 5 Gramm, ne? Ja. Genau 5 Gramm. Ist das respektlos. Also, es gibt ja keine Halb hier auf der Waage. Mhm, kann man ja? 5 Gramm. Leider, warte, warte. Boah, 4 Gramm. Siehst du, das sind genau 9. Das sind genau 9, Bruder. Verloren. Nein, nein. Ja, natürlich sind das genau 9, wenn du 2 Hälfte hast. Ja, warte mal, hier. Ist ja hässlich. 5. Und 5. Ja, natürlich. Was richtet ihr da ab? Natürlich, Mann. Also. Ey, aber das ist voll unfair gewesen. Weil die Waage zeigt keine halbe an. Doch. Nein, zeig mich. Ist das nicht unfair. 5,2. Ja. Ist das eine Scheiße. Okay. Ne, 8 dagegen stammt. Wie wiegt das? 29. Scheiße. 22. Du hast es einfach am Motto. Ja, ja. Alles gut, Roat. Alles gut. Boah, kann sein, dass ich gut bin, Bruder. 29 hatte ich, ne? Genau. 15. Boah, genau die Mitte. Genau die Mitte, das stimmt. Du musst jetzt genau 11 treffen. Genau 11. Ja! Jetzt hast du den Punkt? Ja. 5,3. Tauber. Gibst du uns die nächsten Gegenstände? Boah, wie viel wiegt einer? Oh, der wiegt schon ein bisschen was. Warte mal. Puh, riecht nach Spielmittel. Herr Spiele. 18 Gramm. 18 Gramm. Mach ich den jetzt so. Das ist die Frage. Ich mach den, glaub ich. Pass auf deine Finger auf. Bruder, bitte, nimm deine Finger, Roat, da weg. Ich weiß, was ich hier mache. Guck mal, ich zeig dir mal, wie das geht, Bruder. So. Guck mal, das Ding ist verkackt. Oh, das Geräusch. Alter. Bruder, bitte, pass auf deine Finger auf. Ich seh deinen Finger schon ab. Ja, lass, 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 lass. Guck mal, meins und guck mal, seins. Digga, man kann das Ding in der Mitte gar nicht wegschneiden. Okay, let's go. 12 Gramm. Bruder, das ist doch das ganze Ding. Hast du was weggeschnitten? 6 Gramm Differenz. 12 Gramm. Jetzt das nochmal in Hälfte schneiden. Wiegen, wiegen, wiegen. Wiegen haben wir doch, Bruder. Das war doch Dings. Das war 12 Gramm. 12, ja, beides 12. Beides 12. 12. Okay. Das sieht gut aus bei dir. Scheiße. Okay, zähl mal. Ja, fang an. Fang du an, ich hab gerade angefangen. 8 Gramm. 6. Genau gewann. Weil du schlecht bist, Abo Buku. Und mich in keinem Game besiegen kannst. Also wirklich, war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Das war das erste Mal, dass wir das machen. Nächstes Mal müssen wir Sachen nehmen, die mehr wiegen und die einfacher zu cutten sind. Schreibt gerne in die Kommentare, was wir als nächstes halbieren sollen. Können auch ruhig Roads Haare sein. Ich hab ne Haarschneidermaschine. Und dann schneiden wir ihm mal vorne sein blondes Löckchen ab. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Das war ein perfektes Outro.